Der Raptor mit Herzenfall, der hat sich einfach erschrocken, als sich auf den Deino geschossen hat. So sehr, dass er einfach insel gestorben ist. Um Gottes Willen, der Raptor war schon ein bisschen älter. Äh, ja. So, Munition, das Hammer, das Hammer. Was fehlt? Fehlt irgendwas? Ich hab mein Lightpad, ich hab mein Mähwing. Wann schlüpft eigentlich mein Giga aus? Ich brauch auch noch wieder Giga-Eier, ey. Wobei, auf SE gibt's ja auch Gigas, ne? Ich hab keine Ahnung, wo der Giga-Spawn ist, oder? Gibt es? Die Frage hatten wir vor ein paar Tagen schon, aber ich weiß die Antwort nicht mehr. Da ist die Queen. Da sind die Queens. Okay, ich denke, der Way ist es, die so ein bisschen hier rüber... Oh, jeet. Ja, okay, was heißt bisschen, ne? Ja, komm einfach mit. Up you go. Wir haben Bock, die Full-Lines. Gibt's nicht, okay. Das heißt, ich kann das gar nicht anders schaffen, außer... Alter, what... Ja, okay, ist ja gut. Entschuldigung. Da ist aber jemand aggressiv. Ähm, ich kann das also gar nicht anders schaffen, an Gigas ranzukommen, ohne... Junge. Ohne... Diggins. Ah, ja. Größer Wolf. Alter, der rennt einfach hier und schlachtet die Jerbops ab. Was ist denn mit ihm los? Ja. Let's do this. Na, komm, wir kriegen das auch mit zwei. Kann man eine Reaper-Queen netten? Safe nicht, oder? Ich meine, ich würde es dem Spiel zutrauen. Komm mal her, gute Frau. Ah, ja, komm. Lalalalalala. Macht so schönes Rumzüngeln mit ihrer Zunge. Lauf! Lauf, Queen! Dazu kann die so viel tanken. Hör doch auf zu scheißen, du Dummkopf. Boah! Alter, musst du jetzt einen Spin machen! Bleib da drin, bleib da drin. Okay, passt, 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 passt. Irgendwo ist hier ein Heavy, oder? Ist hier irgendwo ein Heavy? Timeout? Oh, die An... Boah, ist die low da hinten. Die hat gerade Genickbruchschelle gekriegt von jemandem. Die ist nur Anzeige-Bug raus, oder? Du bist nicht wirklich raus. Hä? Das ist lächerlich. Wie ist es hier raus? Ah! Das müsste auch nicht gehen. Au, Mann! Hör doch auf, mit deinem C zu spinnen. Braucht er eigentlich ein Tier, wo ich von runter schießen kann, ne? Um die zu lowen. Brennen! Du Kreatur! Au! Ich hole mir was, wo ich mich draufsetzen kann, Mann. Das hält doch keiner aus. Strider wäre ein geiler Gyni-Ersatz. Oh, warte mal. Da fällt mir gerade ein. Ich brauche nur zwei Mutter Gel. Wie funktioniert das nochmal? Ah, fuck! Das kann ich später machen. Das kann ich später machen. Aber es geht. Ja, wir haben keine Zeit. Ich weiß. Warum war ich hier? Achso, wegen dem Tame. Ich wollte nur gerade nochmal gucken, wie der überhaupt war. Latt-Stalker nervt auch rum. Argy geht nicht. Spino geht nicht. Dymantria ist auch doof. Waiwan geht nicht. Dodo. Giga. Geht alles nicht. Ich muss den Stalker nehmen. Ich habe keine andere Möglichkeit. Aber der ist halt super low-life. Das ist das Problem, ne? Schwein. Ist der immer noch low-life? Ja, er ist super low. Ja, Sack halt an mir rum. Ja, Giga und Lightpad. Ja, genau. Gute Idee. Giga und Lightpad. Und Abfahrt. Was ist die Falle? Zack. Der Giga. Bin ich am leuchten? Jetzt bin ich am leuchten. Moment. Was ist denn da im Hintergrund? So, kannst du bitte brennen? Treff die Sauer nicht. Doch jetzt. Nur hin und wieder mal. Warum lässt der sich so doof treffen? Wie floppea die Sau? Nicht so viel. Ich brauche nur ein paar Hits. Was will der Drop denn jetzt? Das ist halt immer nur jeder zweite Hit irgendwie, der zählt. So ist gut. Oh, und das ist wieder scheiße. Ich mache dir halt nicht viel Damage. I need time. Beiß, mein guter Beiß. Das klappt wieder nicht. Na, komm. Die ist doch schon Half-Life. Mann, das ist so unzuverlässig, die zu beißen. Ja? Ja, so ist gut. So ist gut. Wunderschön. Oh, die hat noch 15k, ey. Wie viel musste die sein? Unter 10, glaube ich, ne? Oder waren es unter 10%? Unter 5%? 2k? Echt, so niedrig? Kann ich es wieder nicht treffen, verdammt. 9.500. Das Schlimme ist, die kriegt das ja auf Anhieb auch nicht hin, ne? Ist mein Lightpad aus? Ne, ist noch an. Schaffe ich nicht in 30 Sekunden. Die hat noch 7.000 HP. Ich muss weg. Oh, der Tamod wurde verlängert. Oh, okay. Now we're talking. Someone carried. Okay, es passt. Bürgermeister, sei Dank. 5k. Komm. 4k. Müsste jetzt 3k sein, circa. Ja. 2k. Ne, warte. Einen noch. 1.500 HP bis noch. Da müsste es passen. Beziehungsweise 500 Damage bis. Ja. So, jetzt müsste sie qualmen, oder? Ah, wir können auch noch einen mehr, weil die rekt ja auch noch ein bisschen. Na komm. Lass mich dir noch einen leckeren geben. So. Okay. Jetzt. Jetzt habe ich leider nichts, wo ich mich draufsetze. Was kommt denn? Die Y waren da so angepimmelt. Was ist das für eine Nummer? Hä? Alter, die hat sich ja, die hat sich ja verhalten, als hätte ein Player die gesteuert. Die war ja komplett geil drauf, mich, mich hier anzumachen. Äh, äh, äh. Stopp. Oh, es ist heiß. Okay, ähm. Ich darf also im besten Fall nicht sterben, ne? Du gehst aus. Boah, ist das hell. Versuchen wir es mit dem Grab-mich-vom-Tier-runter-Move. Oh, die ist jetzt gerade noch ein bisschen dumm, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird so eine Wyvern-Geschichte, sage ich. Äh, so eine Wyvern, das wird so eine typische Reaper, oder? Komm, Schnüffel. Ja, ich bin lecker. Ja. Nein, scheiße, ausgebackt. Okay, ich muss es... Ah, sehr, fuck. Ich muss die hier hinlocken, denke ich. Anders, das wird es nicht gehen. Die drückt mich ins Mesh. Au. Das Schlimme ist, ich habe keine Dingens. Ich habe keine Mad-Bruise. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe, äh, dass ich sterbe, ist relativ hoch. Brian, der kann das. Oh, damn. Komm her. Komm her. Ich rieche nach geil. Ja, ja, komm. Nimm mich. Auch wenn ich stinke. Ist sie wieder hochgereckt? Nein. Kein Bock. Habt doch Lust. Ja. Jetzt, es schnief. Ja, 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 ja. Ach, Mann. Warum steht die denn so schräg? Die muss durch das Gate hauen. Komm hier. Von hier. Ja, und jetzt durchs Gate. Hä? Warum bist du so kacke? Okay, versuchen wir die andere Seite. Versuchen wir es hier. Wobei hier schon wieder schräg ist, ne? Oh, komm. Nein, nicht so. Was ist denn das für ein Winkel? Bist du blind? Oh, Gott. Jetzt nicht wieder dumm laufen. Nicht dumm laufen. Hier durchgucken. Hier durchschlagen. Hier, 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 hier. Nein, nicht so. Alter. Komm hier, komm hier. Drop weg machen. Ich glaube nicht, dass es am Drop liegt. Aber, ja, vielleicht. Ich meine, das ist arg, ne? Hitboxen in Arc sind eine Sache für sich. Versuchen wir es mit Drop weg looten. Ja, toll. Da ist natürlich der größte Haufen Müll drin. Hä? Bist du kacke? Komm, bitte, hier. Du musst hier einfach mich schlagen. Am Ende reicht der Timeout auch nicht. Na, wenn, wenn man so eine richtige Diva Queen hat, dann kann das durchaus passieren. Nicht, nicht da. Nicht, bitte. Du musst schon so schlagen, dass wir da auf einen Nenner kommen. Komm her. Mach das nicht. Okay, pass auf. Ich gebe dir noch eine Chance. Ich gehe hier hin. Ja, 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 ja. Nein. Oh, Mann. Du bist kacke. Warum schlägt sie denn immer dann zu, wenn das Gate im Weg ist? Okay, pass auf. Ne, das kann ich nicht machen. Ich wollte sonst sagen, sonst reiße ich die Gates ab, kurz bevor sie schlägt. Aber dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder nicht klappt und sie rausrennt. Du musst doch nur hier geradeaus auf mich schlagen. Ja. Und jetzt. Das ist nicht dein Ernst. Ja, ich weiß, dass das nicht funktioniert, wenn die in der Ecke steht. Deswegen soll sie ja auch sich da richtig vorstellen. Beziehungsweise das Problem ist, sie darf auch nicht vor einem Gate direkt stehen. Mach hier Komplimente. Vielleicht hilft es ja. Komm schon. Nicht. Nein. Komm her. Ein bisschen rüber. Ein schöner Timeout. Ja. Deswegen wäre die Überlegung zu sagen, ich warte, bis sie schnüffelt, reiß dann ganz schnell die Gates ab. Aber das ist halt risky as fuck. Mach mal. Ich versuch's. Ich versuch's. Komm her. Agro mich. Bitte hier. Dann zieh ich die Gates weg und dann muss es gehen. Spring kurz davor. Ja. Könnte vielleicht gehen, aber auch unwahrscheinlich. Nein. Doch nicht von da. Das ist aber auch. Ich kann's versuchen, dass sie mich vielleicht vom Mairwing grabbt. Wäre auch möglich. Das mach ich die ganze Zeit. Aligerali. Aber sie knockbackt mich halt extrem weit zurück. Das ist halt immer das Problem. Vielleicht geht's, wenn sie mich vom Tame grabbt. Ja. 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 Das ist es. Das ist es. Oh mein Gott. Let's go. We got him. Okay. Vom Tame hilft immer. Der Klatsch. Nichts nach mir schießen, meine Guteste. Machen wir die weg, um direkt das Baby zu leveln, oder? Ja, ne? Ich meine, da kann man eh nix mehr mit anfangen. Moment. Mach mal anders. Ich will eigentlich nicht auf dem Tame sitzen. Mach mal so. Äh. Was für Turkey Trail. Nix. Gobbel, gobel, gobel. Oh shit. War keine gute Idee. Och ne. Mairwing. Mach jetzt nicht den. Ach, komm schon. Du bist doch ein Dulli. Einfach nur. Wie Flappe hat die? 1900. Komm, kann ich hier durch? Natürlich nicht. Ich bin einfach nur komplett am Rubberbanden. Hör auf zu kacken. Oh Junge. Also Mairwing-Scheiß-Animation ist ja Stunden. Ne. Das ist mit so Risky. Das macht halt keinen Damage, ne? Ein bisschen Bonus-XP. Geil, geil, geil. Dankeschön. Pump und Tschüss. Ja, aber... Pump und Tschüss. Okay, scheiß drauf. Ich mach's vom Giga aus. Das ist mir zu Risky. Ich wollte's eigentlich vom... Ah, mit der XP-Rate wird's reichen. Ah, ist full gelevelt. Passt. Oh oh. Ich sterbe. Ich bin in das Gift gelaufen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin in die Scheiß-Grütze von dem Vieh gerannt. Hell no, ey. Drei Tode heute. Was ist denn das? Ach, unlucky eh, dass ich in dem Scheiß-Gift verreckt bin. Hast du einen Reaper bekommen? Ich hab einen Reaper bekommen. Ja, aber der Reaper ist leider echt extrem low-level. Also wirklich useful ist er nicht. Wobei, ein Reaper ist ein Reaper, ne? Und zumindest drehen kann man damit trotzdem. Aber das Level ist halt Arsch, ne? Ich würde sagen, zwei Leben. Kriegt zwei Leben sogar. Oh, das ist ja Wild-Donner-Meik. Klemmschön. Wir hatten ja... Irgendwann hatten wir auch mal gesagt, alle Challenges geben nur noch ein Leben. Aber irgendwie hat sich das einfach nicht durchgesetzt, ne? Die Leute haben trotzdem immer noch beigeschrieben, wie viele Leben man bekommt. Na gut, zwei Leben bin ich immerhin plus eins rausgegangen. Das ist doch schon mal was. Und jetzt gleich... Schauen wir uns erstmal an den Strider. Weil, warum nicht? Ich find's übrigens witzig, dass das tatsächlich funktioniert. Ne? Also ich mein, die Dinger sind eigentlich Genesis-only. Und wenn die nicht auf Genesis sind, dann funktioniert das tatsächlich so, dass man... Wo ist der Helm? Ach, hier. Äh... Dass man nicht die Quests machen muss. Das ist schon... Also da kann man... Da kann man schon ein bisschen beeindruckt sein, wenn man bedenkt, was man sonst gewohnt ist, ne? So, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Taste man drücken musste, aber ich versuch jetzt, dieses Ding zu hacken. Let's go. Was? Must wander a bit before hacking attempt. Oh, shit. Ja gut, viel Spaß beim Wandern. Nevermind. Machen wir später. Steht der Elevator noch? Der Elevator steht noch, ja. In einer Stunde kommt das Baby. Das mach ich so lange. Beziehungsweise... Ich hab noch fünf Minuten Timeout. Wild. Oh, warte mal. Den blitzt es noch am Arsch. Vielleicht kann ich ja noch da... Kann ich hier noch weitermachen? Ne. Oder? Ne. Anscheinend nicht, ne? Daneben hab ich es da von unten gesehen. Sein Schwanz blitzt. Hä? Warum ist es wieder hochgegangen? Daneben war es bei... Ey, es wird immer mehr. Der muss von einem bestimmten Punkt weglaufen. Okay, okay, okay. Dann das heißt, wir müssen den hier von hier oben runter locken. Komm mit. Haha. Dumm, wenn man... Oh, scheiße. Komm her. So. And now run. Oder walk halt. Und dann geht's mit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020